Meine Mutter hatte den schönsten Busen vom ganzen Strand von Tore Molinos. Jeden Abend habe ich zu Gott gebetet, bitte gib mir auch so einen Busen. Aber sonst lass mich auf gar keinen Fall so werden wie sie. Komm, nur komm, komm, es ging doch so gut. Komm, Freud. So geht das nicht. Also, Herr Dr. Freud, so kommen wir nicht weiter. Oh Gott, jetzt hast du das Viech damit gebracht. Mama, bitte, ich habe gerade eine schwere Zeit. Mein Kind ist zu sensibel für diese Welt. Es ist all inclusive, all you can fress. Also, ran an die Buletten, mach. Alles inklusive. Auf der Suche nach den eigenen Wurzeln. Heute, 20.15 Uhr auf S1.